Ich bin die Gruppe. Du, heute nicht schon wieder. Washer, es geht in Dora. Neuer Bereich Magic Life, nur für Erwachsene. Aber danach kommt noch so eine kleine Bühne, aber die meisten Gäste, die Kinder, haben eben diese Zimmer wegen dem Monoflub, die können dann die Kinder durch, oder die Segler, die haben so weiter und die Kinder können genau von Mama probiert, oder? Das ist jetzt schon jetzt mit direkt hier, oder? Ich glaube, das ist schon jetzt bestimmt 15 Kilometer. Ja, Club Magic Life, Afrikaner, Lobby und Rezeption. Jetzt sind wir alles zusammen. Wunderbar. Cool African Magic Life Club. Hier haben wir unser Activity Pool, da finden alle Animationsaktivitäten statt, wie Wasser, der Vollweg Wasserball, Wassergymnastik, Wasserwasserball-Fußziele. Hauptgebäude. Gebäude Magic Life Club African Strandbar 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Feller in Hammelburg im E-Center und unter feller.de